TATÜ TATA Pling! What the shit? Ok wir fliegen heute. Steh auf Trago! Simon! Was geht's? Scheiße hoch! Oh! Ich muss nachladen. What the shit? Wir haben gleich verloren. Wir haben gleich verloren. Wir haben gleich verloren. Wir kriegen noch einen richtig geilen Jump in. Ok. Los! Mann! Oh! Oh! Er hat's nicht anders verdient. Er war ein wilder Bulle. Los! Ach so, was? Hast du keine Munition mehr? Hier ist eh dein Pack. Oh! Ich fahre ja nicht in der Netzone! Nein! Nein! No! No! No 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 no! Ich wusste es! Drecksack! Mann wir tun das! Oh oh! Ah nicht bei uns! What? Nein, ich bin eine Tolle Was ist jetzt los? Wie ich einfach bei dir rüber gesprungen bin Aber ich war Erbfuhm, Webfuhm Was? Ich war Erbfuhm, Webfuhm Was? Wie heißt der Jung, Jasch? Hol, Jakal Ich war Erz, warum ragen den jetzt alle? Ich kann nicht Motorrad fahren, auf die Art Ja, sind wir alleine Sind wir ungestürzt Scheiße Wurzelger Was? Ich sagte du scheiß Schwuchtel du Lass mir mal in Ruhe Chips essen Es ist fucking 2 Uhr nachts, ich hab nichts besseres zu tun Ich esse Cashews Was? Warum isst du Juden? Cashew, ne? Ja Cashew Ja Cashew Okay Du scheiß Razzist Ich bin eine Schnauptefrau Was? Ich bin ein Schnauptefrau Was? Ja, wir arbeiten immer da zwischen Ja Du weißt, du könntest ein bisschen ernst sein. Wo? Was? Wo? Was? Wie? Wo? Was für ein Po? Motorrad. Motorrad. Welches oben links oder unten rechts? Links oder rechts? Welches nimmst du? Gute Deutschen nimm immer das rechte. Also das unten rechts, okay. Nein, oben rechts. Was? Oben rechts. Oben rechts gibt's keins. Doch. If you like it or not. Oh, oh! Cavazosila. Oh, mein Leben rauscht an mir vorbei wie eine Taco Bell Dose in Star Wars. Ne, keine Ahnung. Oh. In der Taco, was? Weiß nicht. Besser mal reintragen! Ja! Ich nicht, alter Vier. Echt? Ne, doch nicht. Ich hatte schon. Ich bin auf dir drauf. Oh, ja! Vergiss nicht gerade halt das Ding, jetzt. Wee, 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 wee! Yeah! Hey, hey! Oh, I have a plan. Wir machen das, wir machen das hier oben drauf. Awesome! Was denn? Äh, irgendwie klappt dein Plan nicht, weil du nicht weißt, wohin. Jetzt! Äh! Ja, einwandfrei funktioniert. Äh! Äh! Oh! 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 Was war das denn? Oh! 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 Ich hab keinen Schuss mehr! So, Stat, gib mir Munition. Was? Oh! Das ist ein Amored Vehicle, lulll. Lulll. Oh! Ah, ja! Gute Idee! Bist du drin? Ja. Oh, ich kann sogar von hier aus betätigen. What? Huh. Was, jetzt Munition? Guck. Was denn? I'm hampiring you. Egal. Tschüss. Ey. Oh, klappt es nicht. Fahr du. Äh. Äh. Ich komme jetzt nach oben. Was? Ja, fahr mal nach oben. We are the police. You better drop your... Klamot... Fall mit dem Kopf gegen den Fernseher. Drop your... Fernseher. Oh, you will be destroyed. Oh, fuck that shit. Oh, shit. Oh, shit, noch den Fernseher. Ich dachte, da wäre nur eine Scheibe. Der braucht jetzt zwei Fernseher auf beiden Seiten. Das gibt's doch nicht. Äh. So, äh. Wer sind die? Pff, Treppen-Bullis. Wer zu schnell die Treppe hoch geht, wird verhaftet. Die kommen gar nicht hoch. Er kriegt keinen Speed. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, nein. Alter, deine Mutter. Du scheiße. Rade, ich helfe uns. Wenn du hoch fährst, dann gerade mal. Ja, los, 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 los. Das hat überhaupt nicht geholfen. Was machst du denn da? Ich kriege die Kurve nicht. Yay. Oh, da war die Tür andererseits. Okay, okay. We are the roof police. Please drop all your pants. Oh, Drago, dein Rücken ist gebrochen. What the shit? Alter. Okay, be cool, be cool. Be cool. Cool. Okay, wir fahren jetzt voll auf. Okay, bereit. Los, los, los. Wow. That went better than expected. What the shit? Aufs Dach, aufs Dach, los. Ammo, das war voll lame. Ich habe kein Moniteur mehr. Einfach mal in der Gegnerbase, die haben alles unsere Base. Okay. Oh, achso. Nein, gehen Sie bitte von meinem Medikit weg. Immer mit dem Kasten. Ja, Medikit. Ich klau die einfach Ammo. What the shit? Das schaffen wir. Okay, los. Naja, wir haben es geschafft, ne. Ja. Auf der Straße funktioniert das besser. Ja, ne. Irgendwie schon. Oh. 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 Ich geh nach wie gesagt, Spawn Truck. I don't like this. Du, Drago, über den Bus, über den Bus. Los. Okay. Und jetzt los, 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 tu es! Ja? Naja. Oh, Ronke! Was? Ich brauche Munition. What? Ja, was? Munition. Wo bist du denn? Ach da. Oh, er wird geschossen. Mach mal ab! Was? Was tut du denn? Oh, da sind arme Wege. Mir wird schlecht. Wie du in Brüo heute, ey. Die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Oh. Einmal renn dich. Über die Brücke, über die Brücke, los. Okay. Oh. Ich glaube... Oh! Ey, wo willst du hin? Hallo! Guten Tag, Sirs! Hey! Wo rüber jetzt? Los! Ja, ja, ja! Oh, yeah! Ein Schuss habe ich noch. Ich finde, die Epic bräuchte 60 Schüsse oder so. Ja, das wäre geil. Okay, tu es. Wir springen genau bei denen rein. Los! Wow! Das war der letzte Schuss, den ich hatte. Okay, da gibt es nur eins, was wir jetzt noch tun können. Hi! Tschüss, ich bin weg! Nein! Hat mein Motorrad kaputt? Come on! Ja! Ja! Deine von... Na, ja!